Sniper down Gegner down Ich glaube wir sind relativ sicher jetzt Naja weitgehend Draußen jedenfalls Ein Zug? Wo wollen sie denn hinschicken? Nur auf die Reise schicken oder was? Hier sind mehr als ich gehofft habe Hab er ja Scheiße Ja ich vergesse jetzt mal Dass der Briggs nicht so gut zielen kann Irgendwie beim Schießen Also der flippt da mal ein bisschen aus Ach komm Dann hätte ich die ganze Schoße nochmal Durch einen Speicherpunkt Im Haus geben können Okay Der ist weg Okay cool Gut Der ist down Sniper erledigt Wer war der Arsch der mich hier noch im Visier hatte? Ah hier geht's noch im Weg Da unten ist er Okay da oben ist noch einer rumdackeln Der ist aber in einer Doofen Position Ah Erkundenpunkte gibt's hier Okay super Was zeigt dich? Gerade wieder eine Entdeckung des Arschlochs Ich seh nur deine Füße Und nur weil er Gehbehind hat Ist das noch lange nicht Dass ich ihn dann own kann Okay Okay oben down Und mit Briggs ist das noch eine komplett andere Vorgehensweise hier Das braucht zu lange Dreh dich um Dreh dich um Okay Okay Machen wir mal ein paar Kampfkits Da oben kann mir weitgehens gestohlen bleiben Was soll das denn? Was soll das denn? Die ganze Scheiße nochmal Die ganze Scheiße nochmal Ah ist das da Unmöglich Griggs Briggs Im ersten Stock des Ringlockschuppens ist ein Eingang Dürfte dir den Zutritt erleichtern Verstanden, danke Er ist down Ich habe immer Angst, dass wir den Sniper da oben nicht sofort kriegen, Alter Okay, ich werde mir mal einen Weg da hinten durchbahnen Und dann nach oben schlendern Ich glaube, das ist mit die beste Variante, die es jetzt so gibt Erkunden So, die Punkte nehmen wir uns auf jeden Fall mit Ich weiß nicht, ob es nochmal Erkundenpunkte gibt, wenn ich hier lang gehe Nein, tut es nicht Ich glaube, ich bin relativ sicher, wenn ich oben lang gehe Das heißt, wir werden uns jetzt nach Oben schleichen Scheiße, die sind außerhalb meines Blickfeldes Den habe ich Vielleicht fängt es einfach an einem bestimmten Punkt an Dass sie einen bemerken Aber jetzt scheint es ja relativ gut zu laufen Okay, es ist ein Cyborg hier vor uns Unter uns Er hat die Granate überlebt So Das lief es doch schon mal wesentlich besser Okay, das heißt Das ist die Brandgranate Scheiße Hab ich verwechselt Naja, egal Wir haben es ja trotzdem irgendwie geschafft Nachladen Muss ich nicht Gut Okay, vorwärts Irgendwas läuft schief Hey Charlie Bin beim letzten Sprengsatz Okay, gehen wir es durch? Nein, ich mache das schon Entspann dich Nur ein Versuch, Briggs Kinderspiel Oh scheiße, Charlie Ich glaube, ich habe den roten Draht genommen Du, du hast was? Deine Klapp Das war's wohl mit Lautlos Bleib da unten Da passiert keinem was Können wir Zivilisten töten? Nein, nein Das machen wir nicht Töten keine Zivilisten Geht ihr helft? Was war das denn jetzt? Ich dachte, ich würde jetzt ganz cool einfach Rauchgranate rein und weg ist Aber irgendwie was gescheitert stand da auch irgendwas gerade Hab ich jetzt nichts ganz Naja Sam Sam Alle Sprengsätze deaktiviert Rücke ab Bin gleich Etwa nix Bleib da unten Da passiert keinem was Okay, aufladen wieder Natürlich wieder auf, Sam Sammy Boy Was ist das? Das war's Oh mein Gott Was war das? Da vorne fehlt irgendwas Alles ganz ruhig bleiben Ich werde euch retten Alles in Ordnung Du kannst da nicht lange bleiben Ihr fahrt gleich in einen Tunnel ein Alles ganz cool Kein Grund zur Panik Wow Wow Jetzt aber knapp Der Anführer haut ab Oh scheiße Oh scheiße Polizei, halt Ich schieße, ich schwör's, Alter Ach scheiße Hier ist Geralt Officer 34 Ich brauche Verstärkung Ganz ruhig Ruhig Entspannt euch, Freunde Lasst die Geister Nice Shot Du Vollidiot Du Vollidiot Spiel nicht den Helden Sonst geht's dir wie ihm Klar? Keine Bewegung Stehen bleiben Das soll wohl ein Witz sein Waffe runter Runter los Oh Das gibt's doch nicht Jetzt hat er den einzigsten Verbindungsmann getötet Amerika Freiheit verhindert Jetzt hat er die einzigste Zielperson Einzigste Person, die uns hätte helfen können Getötet, dieser Idiot Ach, Leute Ja Panta haben wir gut hingekriegt Leider kein Gold Und das mit der Geister Das war grad Scheiße Purer Zufall, Alter Glück gehabt, der Junge Ah Ghost hab ich gar keins Ach, du Scheiße Okay Was passiert jetzt? Jetzt wurden wir von der Polizei gefangen genommen Die ABC Trupps haben die Bomben gesichert Und Sam wurde von den Bullen wieder freigelassen Ja, weiß ich Danke für die Hilfe, Mann Was? Nichts, gar nichts Ich genieße nur den Augenblick Kameradschaft ist was Tolles Gute Arbeit, Jungs Danke Diesmal war ich als Erster im Flugzeug VX und Terroristen Und was erweist sich als größte Bedrohung? Ein schießwütiger Bulle Ich brauche alle Ende Kommando Zentrale Das klang nicht gut Die Engineers sind schlechte Verlierer Wie sind Neuigkeiten? Ein neues Video von den Engineers Ihr werdet die Blacklist nicht aufhalten Bringt eure Truppen nach Hause Sofort Wir werden nicht verhandeln Sie beschleunigen die Angriffe Okay Das heißt, wir müssen auch unsere Aktionen beschleunigen Aber wir warten damit Bevor wir unsere Aktionen beschleunigen Wir haben das Level durchgespielt Einigermaßen wirklich respektabel Würde ich mal von mir behaupten Von uns behaupten Und ja Ich hoffe, es hat euch gefallen Wie und je Wenn es euch gefallen hat Schaut es in die Kommentare Ansonsten hoffentlich Sieht man sich auch immer mal online Tschüss